Beim Hamstern bin ich nur einmal gewesen. Der Mann auf dem Markt meinte, wir könnten Gemüse und Beeren haben. Musst du uns die nur holen. Bin ich mit dem Nachbarn auf dem Fahrrad bloß? Musst du mir über den Kanal? Ich weiß auch nicht mehr genau wo. Die Brücke war auch noch ein Brett. Und auf dem Rückweg passt dann Sperre. Engländer. Das ist die gerüstete Schwachbrotstube, mein Proviant. Darf ich mal? Und dann ist er weg. Und kam mit einer Dose Ham und Eggs zurück. Positive Erlebnisse gab's irgendwo auch. Erlebnisse gab's noch nicht so gut. Um Mund zu verbringen würde. Und warum mehr die Bedeutungen zum Gehen da? Das war's für dich.